Ein Blick hinter die Kulissen des VIP Affiliate Club von Ralf Schmitz. Der VIP Affiliate Club ist ein brandneues Produkt von Ralf Schmitz und enthält als Titel die Ausbildung zum Super Affiliate in 52 Wochen Geld verdienen, so geht es. In diesem Video möchte ich jetzt einen Überblick über den internen Kundenbereich geben, wie das Ganze von Ralf aufgebaut wurde und wie die Lektionen ablaufen. Hier befinde ich mich auf der Einlog-Seite für Kunden und scrolle hier im rechten Feld bzw. scrolle hier die Seite nach unten und hier unten rechts kann ich mich einloggen mit meinen Benutzerdaten, Username und Passwort, logge mich jetzt hier ein und bekomme hier sofort meine Navigationsleiste. Der Club ist, wie ich finde, sehr, sehr einfach aufgebaut. Man hat hier in der oberen Leiste die Monate, den Ablauf der Monate, also 1. Monat bis 12. Monat. Wenn man mit der Maus auf den 1. Monat fährt, bekommt man hier die weiteren Lektionen angezeigt, 2. Monat, 3. Monat, 4. Monat und so weiter. Als allererstes nach dem Einloggen gibt es hier eine Einführung von Ralf, wie man den VIP Club bedient. Hier finden Sie dann weitere Informationsvideos, wie es hier weitergeht und dann hier unten drunter, hier nun weiter zum 1. Monat. Und zur 1. Lektion. So, in Lektion 1 wird dann hier von Ralf gezeigt, was ist eigentlich eine Nische. Die erste Aufgabe steht an, Downloads zum Video befinden sich immer unter den Videos, genauso wie Links, wenn diese in einem Video genannt werden, werden direkt unter dem Video zur Verfügung gestellt, wie die passenden Partnerprogramme suchen. Hier haben wir wieder Links und Downloads zum Video. Hier in dieser Lektion geht es um die Nischensuche, um die Partnerprogrammsuche, richtigen Domainnamen finden und der komplette Start, wie er sein sollte, wirklich aus dem Keller heraus und nicht irgendwo in der Mitte oder am Dach angefangen. Wie es sich für ein ordentliches Business gehört, fängt Ralf hier wirklich absolut mit den Grundlagen an. Wie es ein Beta-Tester sehr treffend genannt hat, fängt Ralf hier noch nicht einmal im Keller an, sondern fängt zuerst einmal an, den Keller auszubuddeln. So, im ersten Monat dann die Lektion 2. Sie können also wöchentlich eine neue Lektion aufrufen. Die Lektionen werden im Wochentakt freigeschaltet nach dem Eintritt als Kunde. Und dann sieht man hier wieder Lektion 2, die Beschreibung zu diesem Video, was befindet sich in dem nächsten Video. Hier Domains anmelden, den Webspace anmelden, den Webspace mit der Domain verknüpfen und so weiter. Alles, was im technischen Bereich hier wirklich notwendig ist. Die WordPress-Software downloaden, ein FTP-Programm einrichten. Ralf zeigt wirklich alles exakt und Schritt für Schritt per Video, dass man ganz, ganz einfach nacharbeiten kann. Hier wie die Plugins dann installiert werden. Und ich möchte hier auch wirklich betonen, dass die Wochenlektionen wirklich so aufgebaut sind, dass jeder Anfänger wirklich komplett in einer Woche durcharbeiten kann. Hier unten möchte ich noch kurz auf den Hilfebereich eingehen. Hier gibt es das Club-Siegel, das nur Mitglieder des VIP-Clubs verwenden dürfen. Hier in verschiedenen Formaten. Direkt hier unten kann man den Partner-Link bzw. den kompletten Code für das Siegel herauskopieren und auf seine Seiten einfügen. Wie gesagt, hier in verschiedenen Varianten, in verschiedenen Größen. Und so kann man sich als VIP-Affiliate-Club-Mitglied bekannt machen bzw. ausweisen, möchte ich mal so sagen. Also hier in dieser Navigationsleiste wird der komplette Club quasi gesteuert. Auf den Monat, dann die Lektionen. Im zweiten Monat gibt es schon die erste Bonus-Lektion zum List-Building. Dann die weiteren Lektionen im dritten Monat. Wieder eine Bonus-Lektion hier von David Seffer in diesem Falle. Und dann die weiteren Lektionen. Und so zieht sich das durch den ganzen Club durch. Und Woche für Woche werden neue Lektionen freigeschaltet. Ich wollte so oder würde mich freuen, ich konnte Ihnen so einen kleinen Überblick über den Kundenbereich geben. Hier möchte ich noch kurz in dem Hilfe-Bereich noch, hätte ich jetzt fast vergessen, kurz erwähnen. Hier gibt es einen Plan zur Freigabe. Hier können Sie dann wirklich einsehen, wann die einzelnen Lektionen freigegeben werden. Hier sehen Sie Monat 1 nach 0 Tagen, Lektion 1 nach 0 Tagen, die Lektion 2 nach 7 Tagen, Lektion 3 nach 14 Tagen und so weiter. Bis die letzte Lektion nach 329 Tagen freigegeben wurde. Weiter findet man hier unten im Hilfe-Bereich ein Affiliate-Lexikon zum Download. Mit wirklich allen möglichen Affiliate-Begriffen, die hier wirklich sehr ausführlich von Ralf erklärt wurden. Zudem gibt es noch den Punkt Häufige Fragen, was von Ralf laufend aktualisiert wird. Eine FAQ, wo Fragen auftreten, greift Ralf hier direkt das ganze Thema auf und baut hier eine FAQ auf. Die Kunden können hier mitkommentieren bzw. ihre Fragen stellen. Hier zum Beispiel hat schon ein Beta-Tester einen Beitrag hinterlassen. Hier weitere Beiträge und hier kann Ralf dann auch direkt auf die Fragen antworten. Und so baut sich hier wirklich eine FAQ auf, die jedem weiterhelfen sollte. Okay, als letzten Punkt haben wir hier noch das Feedback zu den Lektionen. Und hier sieht man auch, dass dieses Feedback ganz rege in Anspruch genommen wird. Seit dem 21. November 119 Feedbacks auf diesen VIP-Affiliate-Club. Und Sie können mir wirklich glauben, dieses Feedback ist durchgehend positiv. Okay, jetzt sind wir aber am Ende dieses Videos. Ich würde mich freuen, ich konnte Ihnen so einen kurzen, schnellen und guten Überblick über den VIP-Affiliate-Club geben. Und unter dem Video finden Sie jetzt einen Link, wo Sie sich zu dem VIP-Affiliate-Club klicken können oder auf meinem Blog bzw. meine Webseite. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.